IEEE teilt die Sicherungsschicht in zwei Unterschichten auf. Die erste, Schicht 2a, ist zuständig für das Zugriffsverfahren sowie die Adressierung. Sie arbeitet eng mit der Bit-Übertragungsschicht zusammen und übergibt die Informationen an Schicht 2b. Die obere Schicht wird auch LLC-Unterschicht genannt. Die Abkürzung LLC steht für Logical Link Control. Schicht 2b hat die Aufgabe, den höheren Schichten eindeutige Schnittstellen zur Verfügung zu stellen.